Ja, Hallöchen zusammen zu nem kleinen Video. Ich habe 200 Abonnenten, oh mein Gott, yay! Ich hätte jetzt gerne ne tolle Animation, wo irgendjemand toll yay schreit. Ähm, ich freu mich total. Ähm, also, ähm, ja, und so, ne, total cool. Also ich möchte auf jeden Fall euch allen mal danken für die, ähm, ja, keine Ahnung, Mithilfe, whatever, dass ihr alle, ähm, ja, schön hier an alle, die Kommentare schreiben, gut bewerten. An alle anderen Leute jetzt hier so, äh, speziell, die mich irgendwie in irgendeiner Weise unterstützt haben. Besonders natürlich, äh, den Dante und den Darkie, würde ich sagen. Ja, doch, ich glaube, die so mit wirklich am meisten. Letzter Zeit vielleicht auch der gute Blaucube. Schönen Tag an der Stelle. Ähm, bei euch auf jeden Fall, äh, erstmal ein ganz großes Danke und für alle anderen natürlich auch. Ähm, ja, ähm, 200 Abonnenten. Ich hätte eigentlich sehr gerne nen Special und nicht nur so ein, oh mein Gott, danke, Video. Ähm, Problem ist bloß, ich habe leider ehrlich gesagt nicht sehr viel Zeit. Also, die Sache ist, 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 ich, ich sehe es jetzt gerade erst, hier, äh, 8.1. Was ist da? Um 16.32 Uhr. Ich bin gerade erst von der Schule wiedergekommen. Ich habe normalerweise heute sechs Stunden, aber ich habe im Moment noch Fahrschule. Und, ähm, ganz ehrlich, ich habe aktuell da keine Zeit für, bin ich ganz ehrlich. Ich würde das gerne irgendwann anders nochmal machen, irgendein Special. Ich habe jetzt gerade sowieso keine Idee. Aber, ähm, ich würde sehr gerne ein Special machen. Keine Ahnung, wie das dann aussieht. Vielleicht streamen ich einfach auch nur ne Runde, aber das, ähm, kann ich gerade zeitlich, ehrlich gesagt, nicht umsetzen. Das geht gerade einfach nicht. Würde ich gerne irgendwann anders mal machen. Ähm, erinnert mich da ganz gerne dran. Also, ähm, jetzt nicht vielleicht, äh, morgen oder sowas, aber, äh, irgendwann mal, also, schreibt mich da gerne an, irgendwann. Ähm, wie das ist von wegen irgendwie nem Special oder whatever. Also, ich würde mich da echt freuen, wenn ihr euch da auch dran irgendwie erinnert. Müsst ihr natürlich nicht, wenn ihr das sowieso nicht haben wollt. Ne, ist klar. Okay, aber, ähm, wie gesagt, würde ich gerne, äh, machen. Und wie gesagt, äh, einmal ganz großes Danke nochmal an alle whatever und, äh, Menschen, die hier überall irgendwo auf diesem Planeten rumrennen. Und die damit zwar wahrscheinlich nichts zu tun haben, aber an alle, die was da dran zu tun haben und bla. Also, haut rein, Leute. Wir sehen uns in einem anderen Video. Bis dahin. Tschööö. Untertitelung des ZDF, 2020